Die Frage geht von meiner Seite in die gleiche Richtung. Sie laufen rum, insbesondere der Herr Aiwanger, verkünden die Möglichkeiten einer Öffnung. Es passiert nichts, Sie beschließen nichts in der Staatsregierung. Aber jetzt mal eine ganz konkrete Frage. Woran wollen Sie das dann festmachen? Wenn Sie jetzt das einfach mal sagen könnten, woran wollen Sie das festmachen? An welchen Indizien, wann Sie wieder was aufmachen? Wenn Sie jetzt das wenigstens sagen könnten. Herr Mannes, das kann ich sagen, wir haben es geschafft durch die Maßnahmen, dass sich die Krankenhaussituation entspannt hat. Aber wir haben noch keine Entspannung. Wir haben, wir haben, ja wann machen Sie auf? Ich habe es in meiner Rede erklärt, es tut mir leid, dass ich nicht die FDP-Glaskugel habe und kein Datum sagen kann.